Hallo und Willkommen bei 4.5 Trainerkarriere mit Karabar Karabar Xpor natürlich richtig ausgesprochen mit dem Guten Tag heute in unser ersten Spiel in der Super League Super League soll natürlich ein Sieg rauskommen was mit was andere rechnen die Fans nicht wir sind wir sind die Rechten oder also wir sind rechts auch muss hat sich gerade in die so ein bisschen weiter gehört und wir liegen hinten 4 1 1 aber der Ausgleich Mabie 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 ich spreche einfach nicht aus ist ein paar hat sich verletzter Rückstand Traurig Traurig wie zu verlieren wäre das erste Spiel der Arbeit von Flo Sieht nicht gut aus die Bewertung kommt da jetzt noch was Flo wir gehen nach Flo wir kriegen sowieso nachher ein Angebot von Real Madrid ja das haben wir uns ja gesagt wir gehen in die türkische Liga und wechseln dann nach Real so jetzt aber erst nachher muss doch ein Sieg rauskommt und wir sind erst mal Rückstand ist schon mal was auch so wird wir so schlecht ja Flo wir verkacken schon wieder aber falls ihr mit irgendeinem Fein absteigen wollt macht es einfach wie wir die Taktik funktioniert die Taktik funktioniert er hat sich der Erbauten guten Zweigliegerverein versuchten Bad zu kriegen mit 30 Millionen die Stimme die wir haben und das ist alles wieder gut doch wie so klappt die Dix z immer den LF da rein der kein Gesicht hat und sagt und sagt gut zu nehmen und vielleicht bringt er was hier als Stürmer ich wünschte noch ein richtig geiles Leben so mein Leben Leistung annehmen er würde weiter machen finde ich gut also für Deutschland dürfen so weitermachen Benedikt Weigel Weigel dieser wie viel Geld hatten wir zwei Mülle glaub ich glaube ich auch aber kann ja mal kontrollieren Newell 440 Wieso haben wir uns so Flutter jetzt heißt es wieder Shopping Queen und Kiel so so kommt nur der Teichse Shopping Queen ich bin 50 50 ich bin nicht in der Lappen kommt ein Ort ich bin ich schaffe es ein bisschen ein Wieser Wieser wieder so viel Geld gibt es zu viel gebraucht zu so 250 so wir haben jetzt vereint wird der erste Liga deswegen sind wir auch mit keiner schlechten geht mal in die Premiere hier vielleicht mal gucken das ist die zweite englische Liga das weißt du ja vielleicht ist da einer der zu uns kommen will Popolik wollen, einer der dritte Liga du Spacken ich weiß die Möwe und jetzt gehst du nicht in die vierte Liga wie soll ich? in die BPL kommen wir ja gehen ich hab ein ich hab ein richtig guten einig an der es nicht gut geht Mario nein kommt immer zurück zu allem maximal und dann hier die gleich den ersten okay der Versuch dem er zu verpflichten der ist ein Haus und jetzt sind wir uns letztens auch für dich zu wollen sei ich will ich ja unbedingt haben vielleicht vielleicht noch ein Inverteidiger ja gucken wir mal Hashtag Boateng regelt ja kann man kann man mal machen hier den komm Flo Hashtag Hashtag Boateng regelt okay kann man so machen ja nur seit 8 ja kann man geht's machen der hat Potenzial ja ja so wollen wir noch nach dem guten lass mal noch nach dem im Verteidiger in der englischen Liga gucken ja erstmal symbolieren wir spielen noch der geschlägt viel gut spielt ja erste Minute Direktverletzung und Rückstand in der neunten so ich sag's ich sag's ich steig schon wieder ab nee wenn wir dann Janusay und so haben dann gewinnen wir alles mhm aber 1 nur Rückstand kann man auch das ist ein Fehlstadt wir machen einen auf Borussia München Gladbach ja die ersten fünf Spiele verlieren und dann gewinnen 1-1 nice nice komm 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 ein Unentschieden so schlecht ist der Stadt doch nicht zwei Spiele ein Punkt Manchester hat akzeptiert äh wieviel Gehalt bekommt der ist der abgehoben oder was ja der ist erst 20 erst wieviel will der denn verdienen guck mal der will bloß 20.000 ja den geben war ein bisschen mehr so wenn man auch noch voll abgehoben vielleicht mal noch nach so einem guten Stürmer oder Innenverteidiger gucken warte erst mal gucken wir ob die beiden annehmen abgelenkt äh ich muss wissen welche Rolle also der Zeug zum Stammspieler wichtiger Stammspieler und 10% Torprämie Alter ich hab immer mehr die DT ja auch nicht mit Katze und äh mir gefällt es hier okay der andere will ich weiß ihm bei seinen Nachhalt was gefällt wo ist das erste Grund und Mono warte was ist der Grund größere Rolle mach ich sie essentieller Stammspieler ich hab das noch höher wenn das nicht geht geht wir einfach mehr Gehalt nicht so bestätigen ey komm mal wir kriegst lass mal noch nach dem Teutel oder so gucken das machen wir ja noch alles abgelenkt mir gefällt es hier ich möchte eigentlich Lapp warte wir haben wir müssen wir müssen noch Shop Shopping Queen spielen warte wenn der so nicht kommen will ich habe ich habe das hatte der doch gar nicht abgelenkt in 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 wenn er das jetzt abgeliefert hat er die Sturung die geistliche Sturung so wie wir und abgelehnt hat die Rolle die Rolle die Rolle sie klar okay so und zack zack 1 ob 20 Prozent Torprämieherr als ob also mit dem Angebot kann man nicht sagen ich will nicht ach so wie guckt sagt ich doch ey komm wir müssen flogen müssen wir machen Stürmer oder ein Verteidiger kommt ich sagte doch gibt es einfach ein bisschen mehr Geld und die kommen alle ja du seid dafür zeigt dass das Spiel direkt spielt äh 77 ist doch ist okay wir haben schon wieder so viel Gehalt hier geht ja hier ja von mir noch nach dem Markt die im Verteidigung geht eigentlich auch gleich noch was und Top Stürmer so wie Luis Suarez oder Benteke ja hier für den Ersatz Prozent Peter Crouch so warte er hat man simuliert ne wir müssen direkt gucken äh wer sieht denn nicht aus vielleicht in der Bundesliga oder wir machen jetzt ein Auber dürfte hier noch nicht Stürmer sein holen wir Auber zu uns in echt reißte was uns zu teuer dürfte der nicht sein wir gucken mal wie teuer der ist wer fällt jetzt noch ein Wettbewerb zu holen könnten Prozent für ihn gibt es in der Nürnberg vielleicht in der englischen Jörner kommen nach dem Stürmer füllen ein Pettersson ja wo gut passt und er wurde ja nur ausgeliehen Prozent die Verte ist jetzt bei ihm sie hat sie hat er steht wer das abgestiegen oder da wäre er er geht jetzt hat er gerne er in der englischen Liga Prozent EPL es war Stürmer hier ich weiß ein ich weiß ein genau um genau um weiter weiter 4 der hier der ist gut okay das üblich schnell Anfrage dann geben wir noch Ballotellina Anfrage er kommt möchte ja guck mal nach Janik Bollasi genau Bollasi den könnte man auch in die Spitze stellen er ist doch ich jetzt als Helm gibt mal ein Bollasi ich glaub so teuer dürfte ja eigentlich noch gar nicht sein ja Anfragen ist draußen Anzeige ist draußen auf Flo alter wir haben es viel zu spät gemacht aber für 23 könnten zwar 6 ich würde sagen Bollasi und Bollasi und Petersen okay Oberwer Oberwer zwar auch gut aber der ist zu teuer Petersen so als alten Hasen zu uns holen oh ja in Hasen haben es drauf so jetzt aber mit Janusay schafft er sein erstes Spiel ein Tor vielleicht Janusay hoffnungsträger jetzt der Karabük Fans Karabük heißen ja 1 0 traurig 1 1 oh 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 unentschieden oder kann doch eine Mannschaft dass die Partie für sich entscheiden ne unentschieden geht noch klar dafür brauchen wir halt die beiden Stürmer die Santos kommt bis in die der türkische Liga gewechselt Angebot akzeptiert warte ja ja da bekommt der Top-Präger Prozent Prozent ich kann auch was das Symbol hat sie haben wir haben keine 45.000 Prozent Jahrgehalt warte das können wir ja noch ändern nein weil ich muss das immer mit A machen so und äh die haben noch geantwortet manche Vereine für vier könnte man auch nehmen den gibt es auch noch ein Angebot ab 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 und zu liefern es kostet ja Prozent zweiunddreißig ja so in Notfall müssen wir noch ein bisschen zurecht biegen mit Dings abgelehnt Prozent mir gefällt es hier wo ich bin in meinem aktuellen Verein bin ich ein Star aber der Abbaute der Abbaula der ist übelst gut Pol Polar sie der Kinder mit dem Gehalt hoch ich finde eigentlich übelst gut und jetzt gibt es für die zu uns kriegen der ist eigentlich übelst gut Polar sie ja es wird für das schnelle Geld kommt jeder ja ich denke sie akzeptiert was sagte ich er kommt freiwillig ja klar wusste ich so so was und an mir gefällt es hier das kann sich schnell ändern hey Junge wir haben keine finanziellen mehr Flo wir sind ja Minus was das können wir ändern ja als ob er ist er ändert einfach alles ich habe sie ja nicht ergeben 150.000 160 1 der ist der ist cool ich bin bei Dortmund und er kann was kommt aus Belgien ist Jugend und ich glaube wir müssen uns in Eden Hazard holen ja wir holen uns Hazard 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 die Sau und oh er kommt so vielleicht noch vielleicht noch nach einem Im-Verteidiger Quoten ja wen denn ähm guck mal guck mal in der englischen Liga mit der Elf bin ich zufrieden wer ist Losler wer ist das keine Ahnung der Scheiß oder so läuft auf jeden Fall hab bestimmt dein Kumpel erstellt könnte ich mir gut vorstellen Anzeige ist draußen guck mal ich kich-kämper richtig gut den Verkehriger äh außer englischen Liga die dürften eigentlich nicht so toll sein also die dürften vor 8 Millionen kommen wer zum Beispiel ich weiß jetzt den Namen nicht Flo läuft auf jeden Fall Florian wo bist du ach der hat mich schon wieder nicht ich ich ja die 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 der Wetterbind vor das Wetterbindführer die hier nicht aber in der oder wir gucken mal hier es gibt doch Prozent Barcelona doch in die Jugend und Barca Junge in den Fachbundetriegst nach die Kuh Rettbewerb hat er ja also die Jugend und kann ich mir schon vorstellen ein ich weiß noch zu verlanden das als Köln er kommt in die die Partei das doch einer war eine Kunde die Nürnberg Fernandes der könnte auch noch was heißen all das nicht großartig in Verträger ja war erreicht so kommen ist das man von Sport hängen ja es kann ich nicht mehr Komfort hängen die Türkei am Rab am Rabatt der ist übel zu bezüglich der Hand für zwölf kann man nicht ein bisschen sozial sein vier kommen in den vier für acht würden bei den Kaufen für ein und die Bank und die Konkurrenz bei der Kuh er macht es nur wenn die dazu würde beides reichen so hatten großen Kind Kinderwunsch am Rabatt er hat die gewohnt die Prozent Euro Prozent Prozent zufrieden Prozent die Kürze meine Lassen die anderen beiden Jahren Fakten hoch der andere darf jetzt nur 14 Kost er oder immer abgehoben das geht nicht. Das schaffe ich, das schaffe ich. Ich will einfach das Budget kürzen. Ey, Flo, wir werden Star-Trainer. Ja, also so viel Transfers, wie wir machen. Flo, wir werden weltberühmt. Ja. Später, wenn wir groß sind, dann sagen, werden wir von einem echten Verein-Trainer. Warte, der, der fällt direkt weg. Äh, hier. Ich möchte wissen, welche Rolle. Stammspieler. Die machen. Und, Rolle, äh, auch Stammspieler. Könnten beide Stammspieler werden. Ich glaube, einer der beiden hatten, dann, ihr kommt, wenn ihr nicht kommt, den Dienst, der Dienst, dummelt Kinder. Äh, mir gefällt es hier. Mir gefällt es, okay. Worte, wie ihn oder den anderen. Nimm den anderen. Dann gib ihnen das ganze Transferbudget. Und gib ihnen. Ohne gegen. Flo, er kommt schon wieder nicht. Warte. Na, ist kalt, Flo. Kommt, wenn er jetzt nicht annimmt, müssen wir irgendwie so YOLO machen. Und jetzt wird das... Ja, ein anderer Verein. Ach, ist doch, Flo, wir haben schon, wir sind gut genug, und wir brauchen den nicht. So, und. So richtet man die Probleme. Flo, wir haben nur noch eine Stunde. Komm, unterschreiben. Hat der unterschrieben? Bestimmt nicht. Nein. 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 Bo, guck, du hast Potenzial an. Also, auf. Ohne. So, jetzt erst mal gegen Dänemark. Dänemark, die Markenwehr. Europameisterschaft. So glücklich gegen Belgien, das wäre mies. So, Janu, sei gerade zu uns geholt und jetzt gegen Belgien auch gegen Janu zu spielen. Nein, wir haben Kiesling im Sturm. Oh, stimmt. Müller sollte dahin. Aber ich glaube, Müller ist nicht bei. Hier ist Viktor Fischer. Das Ding macht das 1-0. Vielleicht ist er doch gut. Viktor Fischer. Inzwischen spielt Polen gegen Schottland 1-1 und Irland gegen Portugal auch. Mann, die rufen mich jetzt schon. Flo, wieso rufen die uns immer an, wenn wir in der Aufnahme sind? Wir werden angerufen. Ich wurde angerufen. Von? Von vielen Leuten. Okay. Wieso immer eine Aufnahme? Kann es nicht mal sein, wenn wir normal spielen? Gegen Urland, gegen die Tabellen letzten können wir doch punkten. Wir sind schon 4 Punkte in Führung. Flo, die sind alle bloß aufnahmegeil. Ja. Schaffen wir es in die Euro? Wir sind schon 4 Punkte in Führung vor Polen und Polen ist Zweiter. Der hat ein richtig viel Long in den Euro. Kieslinger ist 0. Nice Portugal und Polen spielen gerade unentschieden. Das wäre richtig gut. Götze 2-0. Der Mario. Nice und Polen hat wieder unentschieden gespielt. So. Flo, wir müssen unsere Neuzugänge noch zuweisen. Warte. Habe ich dir gerade Stilpolen gesagt? Nee, äh, damit würden wir uns aber für diese vollkommen sehen, weil wir sind schon bei 20 Minuten, ich muss essen. Wenn es euch gefallen hat, haut rein, lasst ein Like da und ciao.